Hey Schatz, wie war dein Rennen? Super, aber ich glaub du musst dein Zeug mal ein bisschen waschen, ich hab ja auch ein bisschen viel Cola drüber geschüttet. Okay, ist mal wieder soweit, ja das mach ich dir aber gern. Du kannst das natürlich im Waschbecken machen, übrigens für euch alle zu Hause. Ich mach's aber lieber in die Wäschemaschine. Weißt du, ich hab jetzt eine ganz gute Idee. Legst du die Feine als Coach? Du kannst die Kühlfeste und die Beinstücke aktivieren. Und ich mach's jetzt mal kurz die Wäscher. Ich mach die Fouch. Ja, was möchtest du trinken? Okay, so ja. Im Rennen besitzen wir sehr oft, Cola drüber, alle Zorgen, Schwitz. So, ich mach's im Waschbecken oder, es geht halt schnell, in Wäschemaschine. Am besten einfach nicht wärmen wie 30 Grad. Nicht schleudern und ein gutes Wäschmittel verwenden. Am besten eine mit dem pH-Neutrales. Dieses ist halt ganz gut speciaal von Identix. Ist halt am besten für die Produkte und so. Ja, tschüss. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen info bekommen und viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.